Aber da unten ist auf jeden Fall eine Kiste, das heißt es muss irgendeine Möglichkeit geben hier irgendwas hoch zu pumpen oder sowas. Ich weiß es nicht. Hier ist aber auch noch so ein Flow, ne? So ein, so ein... ...eschlischer. Gucken wir gerade, ob der hier vielleicht irgendwas... Ne, hat der nicht. Hm. Macht er dir gerade mal kaputt. Haben wir denn ein Magnet-Dingens hier? Ist das irgendwas mit Magnet vielleicht? Nein, aber die Kiste könnten wir gegebenenfalls mit Magneten hier hoch holen. Lala. Geil. Das hat schon mal funktioniert. Nice. Toll, ne antike Feder. Geil, da hab ich jetzt richtig drauf gewartet. Toll. Aber hier können wir nichts machen mit... mit Dingens, ne? Okay, wir gehen mal weiter. Was haben wir denn hier unten? Okay, was... 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 ist das hier? Bin ich tot, wenn ich hier reinlaufe? Nein. Können wir nicht einfach warten, bis das Wasser abgelaufen ist? Hehehe. Schika-Stein. Steuerungseinheit kann nur nach Lösen aller Kontrollsiegel hochgefahren werden. Achso, okay. Das ist dieses Kontrollding. Okay, okay, okay. Da kommen wir auch nirgendwo hin. Hm. Wie kriegen wir diese verschissene Karte daraus? Das frage ich mich gerade. Hm. Okay, damit können wir jetzt nichts anfangen. Das haben wir ja schon probiert. Bombenmodul? Stasismodul? Zürmodul? Lieber Klopfer, gerne doch. Gerne doch, gerne doch, gerne doch. Freut mich, dass du dich so gut unterhalten fühlst. Naja, das bringt halt gar nichts. Ich hätte jetzt vielleicht gedacht, dass man das irgendwie mit dem Magnetding vielleicht hochheben muss, aber das geht ja nicht. Ne. Da oben auch nicht. Und das Stasismodul kann man ja sowieso eigentlich immer fast auf alles anwenden. Ich würde jetzt gerade überlegen, ob man vielleicht von da drinnen irgendwas... Also ihr dürft gerne in den Kommentaren, wenn ihr wollt, also im Chat gerne Tipps geben. Tipps geben, nicht gleich die Lösung, aber vielleicht einfach ein paar Tipps, so ein Stichwort oder sowas. Könnt ihr mir gerne geben. Ja. Ne? Weil ich... Ich hab grad echt... Ich hab grad kein Plan, was ich hier machen soll. Ich weiß es nicht. Kyro-Modul. Oh, ne Schatztruhe. Kann man die fotografieren? Warte mal. Na, speicher mal. Komm. Ach, okay. Ja, ich... Ich weiß Bescheid. Alles klar. Ich hab... Ich hab nicht drauf geachtet, dass unter der Tür auch Wasser ist. Ah. Ah. Manchmal ist es so einfach, ne? Schika-Stein erkannt. Karte wird aktualisiert. Geil. Danke für die Tipps. Ah. Geil. Rein mit dem Freudentropfen. Da freu ich mich. Warte mal hier. Tadaa. Auch geil. Alter, wie nice. Rüssel bewegen. Du hast den Zugriff auf die Steuerung des Titanen. Wat? Okay. Oh. Du hast die Karte dieses Titanen erhalten. Juhu. Sieh sie dir gut an. Oh. Die leuchtenden Symbole sind die Kontrollsiegel, die die Steuerung von VAR-Router regeln. Um Router zurück zu erobern, musst du alle Kontrollsiegel lösen. Viel Glück. Warte. 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 Lieber Möchette. Ist bestimmt falsch ausgesprochen. Aber trotzdem vielen, vielen Dank. Titanensteuerung im Kartenbildschirm. Kannst du die Teile des Titanen bewegen. Wie geil. Vielen, vielen Dank für deinen Sub auf jeden Fall. Wie geil ist das denn bitte? Alter wie krank ist das bitte? Ist ja voll geil. Aber das heißt halt auch gleichzeitig, dass es, das gibt mehr Space für, das gibt, das gibt noch mehr Space für, für noch mehr extrem schwere und verrückte Rätsel. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na ja gut, mal gucken. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwie hin. So. Ach, was willst du denn jetzt? Hau ab. Hey. Auf dich zu wehren. Arschloch. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Okay, okay, okay. Da oben ist schon mal ne Kiste. Die finde ich schon mal sehr nice. Und das ist auch die erste, die wir uns jetzt holen. Zack. Geil. Ne Kiste. Hm. Das ist immer ne Rubin. Oh, geil. Danke. Thank for the Rubin. Kann man hier hochklettern? Nein. Okay. Ähm. Was ist das da oben denn noch alles? Oh Gott. Okay, wir brauchen heute glaube ich den ganzen Stream. Nur für diese, für diesen Titan. Okay, vielleicht jetzt mit dem Pfeil drauf schießen. Warte mal. Oder den Boomer anschmeißen. Geht auch. Nein. Äh. Ein Magnetmodum vielleicht. Nö. Okay, 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 okay. Ist das hier überhaupt ein Rätsel, was ich konnte? Was ich gerade probiere? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das hat überhaupt nichts mit irgendeinem Rätsel zu tun. Vielleicht sollten wir aber auch mal weitergehen. La la la. Was ist das denn? Ihhh. 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 Warte mal, ich habe keine Waffe. Das ist unfair. So. Piss dich. Okay. Nein, 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 nein. Okay, Bogen haben wir auch nicht ausgerüstet oder was? Na, müssen wir jetzt ein bisschen Menü machen. Scheiße. Mhhh. Nehmen wir den hier. Der ist eh gleich kaputt. Das passt schon ganz gut. Okay. Ey. Hi. Stirb. Okay, das erinnert mich grad ein bisschen an Du, muss ich sagen. Okay, da oben ist das Auge. Alles klar. Hey. Dein Mutti ist weg, gell? Oh. Geil, Holzpfeil. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Um Gottes Willen. Aha. Ah. Da ist dieses Teil. Wir müssen jetzt wahrscheinlich irgendwas machen hier. Vielleicht war das, was ich vorhin probiert habe, gar nicht mal so dumm. Vielleicht Stasis-Modul. Dann hier drauf vielleicht anwenden. Ich glaube das war gut. Ich glaube das war gar nicht mal so schlecht. Das hat aber glaube ich noch nicht so wirklich viel gebracht, ne? Vielleicht einfach nochmal. Nimm mal. Nimm mal Dattingen hier. Nimm mal Dattingen hier. Warte nochmal. Wir probieren es aber nochmal. Hä? Okay. Okay. Vielleicht genau das gleiche oder was? Nein. Nein. Nein, das geht nicht. Scheiße. Toll. Okay. Vielleicht geht es mit einer anderen Waffe. Achso. Wir müssen warten. Ist da oben auch so ein Ding oder was? Ne, da oben ist gar kein Ding. Okay, dann wird das glaube ich auch nicht so viel bringen. Hm. Okay, damit werden wir auch niemals treffen. Oder? Ne, das hat gar nichts gebracht. Okay. Hm. Können wir das vielleicht irgendwie mit der... Ahaha. Okay, warte mal Rüssel bewegen. Ich will aber was anderes bewegen. Ich will nicht den Rüssel bewegen, sondern wir können doch auch innen drin irgendwas machen, oder? Wir können doch auch innen drin den Rüssel, also nicht den Rüssel bewegen, sondern... Mann! Ausführen. Ah, okay. Warte mal. Ist das vielleicht... Warte mal. Ist das vielleicht oben offen? So, dass wir vielleicht... Wasser... Dass wir vielleicht Wasser in den Rüssel bewegen. Machen müssen. So, warte mal. Wobei da kam vorhin auch schon dauerhaft Wasser raus, ne? Ich glaube wir müssen den gar nicht auffüllen oder so. Ich mach's trotzdem mal. Dann müssen wir den hier oben hin packen. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier oben safe stehe. Keine Ahnung. Oh, hier müsst ihr jetzt eigentlich... Ja! Geil! Nice one! Ich geh grad hier nochmal runter. Sehr gut! Okay, ich glaub das Ding ist offen. Warte mal, jetzt wissen wir nochmal, wie bin ich denn jetzt nochmal hochgekommen? Hier drüben glaub ich, ne? Ja. Puh! Okay, das hätten wir also auch schon mal erledigt. Boah. Haben wir noch zwei Stück. Tobias. So, warte mal. Jetzt muss ich hier... Wo muss ich? Hier hoch muss ich, glaub ich, ne? Oder so war das. Da drüben hin. So. Okay, mal gucken was jetzt da oben los ist. Was sich jetzt hier... So war das Ding aktiviert. Wir kommen jetzt aber hier... Kommen wir da jetzt rein? Okay, das Ding ist jetzt aber noch nicht offen, ne? Und so frage ich mich, warum ist es nicht geöffnet, Bruder? Warum ist das jetzt zu, immer noch? Überschicken. Danke dir für... Ach du Scheiße. Nein! 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 Scheiße! Kacke, Mann. Warte mal, das ist der Ausgang, da will ich gar nicht hin. Okay, 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 warte, warte, warte. Ich hab's verstanden. Also wir müssen das Ding jetzt drehen. Aber wir können das noch nicht auf den Kopf bedienen, oder? Das geht doch gar nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt, während das Ding sich jetzt dreht, müssen wir diese Stasis, glaube ich, anwenden. Oder müssen wir den Rüssel wegschieben, aber dann ist es ja immer noch auf den Kopf. Das ist ja voll sinnlos. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ich glaube, einfach den Rüssel dann runterlassen und dann ist das Ding offen. Das Problem ist, selbst wenn das Ding offen ist dann, ne? Ne? Das steht's ja immer noch auf dem Kopf. Wir probieren's erstmal mit, mit, äh, mit dem hier. Warte mal. So, geh mal da hin jetzt. Okay. Jetzt müssen wir warten, bis es sich anmerken... Das ist aber nicht so geil. Das ist uncool. Was machen wir denn jetzt? Äh, warte mal, erstmal, erstmal essen wir was. Alter, wie, Alter, wie mies ist das denn? Das ist ja richtig heftig. Okay, das gibt nur ein halbes Herz. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Passt schon. Aua. Mach auf jetzt. Hä? Okay. Okay, untersuchen. Schnell, schnell, schnell. Beilung. Okay, schicker Steinerkant. Go, go. Yo. Du schaffst das. Ich weiß, dass du es schaffst. Ja. Raus hier. Boah. Alter, wie mies. Boah, ist das asozial, ey. Junge, Junge, Junge. Okay, das hätten wir auch geschafft. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir nach oben weiterkommen. Hier drüben oder was? Nee. Da geht's weiter. Wie kommen wir da hin? Asozial, ey. Wie kommen wir da drüben hin? Ähm. Hallo? Wie komm ich jetzt da drüben hin? Oh, vielleicht wieder irgendwas mit dem Rüssel machen? Oh, vielleicht wieder irgendwas mit dem Rüssel machen? Chill. Warte, chill. Jetzt mal ernsthaft. Wie komm ich denn da jetzt hoch? Warte mal. Kurz was ausprobieren. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Problem ist... Kann der da nicht hochklettern? Das ist doch scheiße. Ah! Ach, vielleicht wenn ich das Wasser stoppe. Vielleicht können wir dann da hochklettern, wa? Warte mal, ich mach mal den Rüssel nach unten. Dann probieren wir mal von da oben hochzuklettern. Aber das falsche ist der Ausgang, ne? Immer noch. Tobi, ich finde das Spiel ist die Scheiße. Du bist nicht lustig. Halt's mal heute. Es interessiert keinen. La da da. Okay, wie kommen wir da hoch? Geht's da hinten irgendwo noch hin? Ne. Okay, das Problem ist... Aha! Da ist ja doch ne Kiste. Wer hat denn gesagt, dass... Dass das... Dass ich da keine Kiste... Die hätte ich gesehen. Also, ne? Da war keine Kiste. Warte. Danke für deinen Sub, lieber... Jan... Was? Janare. Vielen, vielen Dank für den Sub. Hör mal auf jetzt. Hör auf! Hör auf! Ne, ich will nicht mal ein Schwert schmeißen. Ich möchte gerne einen Bogen ausrüsten. Ah, was hab ich jetzt gemacht? Hilfe! Äh, ne. Hier hin und dann einmal Bogen ausrüsten, bitte. Äh, das hier. Zack, zack. In deinen Face, Junge. Kiste! Du, da ist keine Kiste. Ja, Mann, ich hab die nicht gesehen. Lass mich. So, wieso kann der denn jetzt hier nicht hochklettern, ey? Das ist doch... Das ist doch schon wieder... Das ist doch schon wieder Mobbing vom Allerfeinsten hier. Mann, ey. Okay. Jetzt kann ich die Kiste nicht mitnehmen. Das ist doch ein Skandal. So. Okay. Ich glaub, das funktioniert jetzt nicht so gut. Aber ist das die Möglichkeit, wie ich hier nach oben komme? Ich hab keine Ahnung. Wie kommt man denn da hoch, Alter? Okay, das bringt ja auch nix. Hä? Okay, ich muss doch wahrscheinlich über das Rad gehen, oder? Das wäre jetzt meine Idee gewesen. Kann das sein, dass die... Nee. Oder muss man vielleicht erst zu diesem Gerüstel, aber selbst da kommt man ja hier nicht hin, von hier aus. Execute. Vielen, vielen Dank. Für deinen Sub. Ist ausgerüstet. Also, ich werd da nicht hochkommen. Das auf gar keinen Fall. Die Kiste... Keine Ahnung, wie man da die Kiste rankommen soll. Da bin ich grad auch zu blöd für, weil die ja auch wieder auf dem Kopf steht. Mit dem Magnet kann man sie nicht runterholen. Kann ich denn... Warte mal, ich muss mir kurz was ausprobieren. Wenn ich hier hin begehe, ne? Aua. Okay, dann verrecke ich elendig, weil ich unter Wasser gedrückt werde. Das ist jetzt vielleicht... Hilfe. Hallo, wo bin ich? Ah ja, hier. Geil. Was ist das denn? Da ist ja auch noch so ein Ding drin. Siehste das? Geil. Kann ich das Ding mit meinem Stasis-Modul stoppen? Nein. Okay, wir müssen das Wasser da irgendwie ausmachen. Warte mal. Können wir hier etwas dazwischen klicken? Ich bin es nicht nur los. Ich bin es nicht nur los. Die ist ja auch los. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020